Könnten das Säureablagerungen von dem Dämon sein? Das müsste man sich dann nochmal angucken, dann müsste man wieder zurückgehen. Wenn ihr mir einen Moment geben möchtet, vielleicht kann jemand, der weniger auffällig ist als ich, schon mit den Wegförderungsauskündschaften? Das tue ich gerne. Ich hoble eh gerade etwas. Ich meinte ja Diamantus, aber er sagt jetzt nicht. Ja, ich ziehe erstmal das Fernrohr und schaue mir die Wachtürme an, ob die überhaupt besetzt sind in so einer Piratenstadt. Also du siehst, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, die außen besetzt sein könnten. Es sind aber nur zwei besetzt und zwar mit einer Person. Also da wird sehr sporadisch nur kontrolliert. In einem der Stadttor, also da ist so ein Stadttor, da sitzt einer drin und ganz oben bei dem Nächsten, da sitzt auch einer dran, der schläft aber. Also der hier? Genau, der schläft und der andere, der schläft nicht, der guckt sich ein bisschen die Straße an, ist aber relativ gelangweilt. Okay, dann welcher wird es sein? Wahrscheinlich der hier, weil der hier so mehr überblicken kann, ne? Wenn die überhaupt besetzt sind, was ja auch nicht jetzt verständlich ist. Aber lieber nicht drauf ankommen lassen. Augenblick noch. Ja. Wirklich viele Beobachter haben wir nicht, aber einer scheint wohl gelangweilt dort oben im Turm. Auf der anderen Seite des Flusses direkt der nächste Turm zu sein. Der scheint immer mal wieder hier rüber zu schauen, aber nicht wirklich aufmerksam. Die anderen Türme sind nicht besetzt, nur eins am Stadttor. Aber der scheint die Aufmerksamkeit gar nicht in diese Richtung gelegt zu haben. Nun, dann sollten wir uns erstmal hier am weiteren Auskunftschaften, ob wir irgendwelche Spuren finden, ohne gesehen zu werden. Vielleicht gibt es Hinweise. Ich glaube, auch den Fluss zu überqueren, wäre kein Spaß bei diesen Temperaturen. Wir sollten uns sicher sein, dass auf dieser Seite nichts ist. Oh, wir können da doch einfach drüber laufen. Das macht gar keine Schwierigkeiten. Ja, ey, bleib du mal hier. Ich laufe mal seppet ihr hinterher. Nicht, dass ihr noch mehr Schlangen findet. Na ja, gut. Hey, nun, wenn ich mich rechte sehe, ist ihr hier. Es hängt da nicht in Bäumen sogar. Hat er sich abgesetzt? Oder kommt, dass man dort das in die Luft? Hm. Soll ich natürlich starkt hier eine Weile durch und untersucht mal den Gesinn gestanden oder versuche ich mir eine Quelle zu finden, die ihn nicht frisst. Wenn es noch Baselisk kriegt, gehe ich wieder. Äh, also es stinkt auf alle Fälle. Und die Quelle zu finden, sollte wohl auch gar nicht so schwer sein. Ihr dürft trotzdem alle gerne noch mal eine Fährtin suchen, Probe würfeln. Ähm, aber mir hat schon eine gewürfelt. Ich auch. Ich habe Schlangenspuren entdeckt in dem Schlangen-Nest. Also hier sind definitiv Menschen durchgekommen. Sagt er, während er da steht, wo ihr gerade alleangelaufen seid. Ja, und da hinten waren Schlangen. Kannst du dir das vorstellen? Ja, vorstellen kann ich es mir sehr gut. Also Zulamin, dir fällt wohl auf, dass es auch in diesem Waldstück die eine oder andere Fläche gibt, die auch schneefrei ist. Und das liegt dann nicht unbedingt an Schlangen-Nestern. Viel eher sieht es wohl daran aus, dass die Schlange auf diese wärmeren Regionen gekrochen ist, um sich dort dann ihr Nest zu bauen. Und um damit dann eben auch diesen Winterschlaf oder Winterruhe dann zu vermeiden. Und wenn du dich in dem Wald nach diesen schneefreien Stellen umsiehst, dann wirst du wohl herausfinden, dass es kleinere oder größere Metallstückchen gibt, die wohl im Zentrum dieses schneefreien Areals liegen. Euer Gedanke war nicht so schlecht, Abelmir. Vielen Dank. Verdammtes Gift. Tut aber noch völlig weh. Ja, seid beim nächsten Mal vorsichtiger, aber ihr hattet vollkommen recht, dass diese Wärme irgendwo herkommen muss. Da sind noch mehr von diesen Flecken. Ich hoffe, dort sind nicht auch Schlangen, aber schaut einmal, Seppentilio, ihr sagtet doch irgendetwas von Metall, metallischen Ausscheidungen? Oh, was, einen Moment, ich muss hier noch irgendjemand, ist hier vor uns durchgekommen. Oder nach uns, ein, zwei, 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 genau auf denselben Weg. Äh, lasst es gut sein, könntet ihr euch die Metallklumpen ansehen? Metallklumpen, ey, lass dir das sehen. Es kann doch so schwer gar nicht sein. Metallurie? Schlangen aus Schall. Metallurie oder Grutschmick. Äh, bedeutet Hüttenkunde, Hüttenkunde habe ich. Gibt es nicht noch was anderes? Boah, ich glaube sowieso nicht. Und nein, Metallurie ist Hüttenkunde. Hüttenkunde, Hüttenkunde, Hüttenkunde anbieten. Hm, ja, diese ist definitiv Metall. Erfurtagend, werde mir sein in der richtigen Angebung sein. Sogar ein rostiges Metall. Nun, wenn es... Das ist schon wieder zu viel der Info, aber dann weiß man, dass es Eisen sein muss. Das ist alles kann rosten. Nein? Das ist eine Grutschmiedfrage. Keine Hüttenkunde Frage. Kupfer kann auch rosten. Ja, äh, du hast es nicht, oder was? Ja, ich habe auch einen Grund, wenn ich würf' ihn soll, aber... Ja, ja, mach dafür, kannst du auch dazu rufen, wäre klar. Ja, würf' ich halt nicht gut. Ja, rostiges Metall. Hm, mir unbekannt. Kenn' ich nicht. Nun, ich denke, es ist nicht so wichtig, um was für ein Metall es sich handelt, aber wenn es immer noch warm ist, dann muss es entweder... Nein, das macht keinen Sinn. Es kann nicht vor kurzem erst hier zu Boden gegangen sein, denn sonst hätten sich die Schlangen es nicht dort gemütlich gemacht. Also muss es schon sehr lange hier liegen und auch sehr lange heiß sein und das bedeutet, dass wir haben es mit etwas Übernatürlichem zu tun. Es könnte Unmetall sein. Das heißt aber, wir suchen an der richtigen Stelle. Das denke ich auch. Aber wenn ihr seht, ihr noch irgendwo einen anderen von diesen Punkten, weil dann laufen wir einfach den Punkten hinterher. Ja, ihr seht, da drüben ist noch einer und das da weiter oben könnte auch noch einer sein. Vielleicht sollten wir dieser Spur einfach folgen und sehen, wo sie uns hinführt. Ja, ein exzellenter Vorschlag. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Fast als hätte ich das gerade die gleiche gesagt, aber lasst mich mal vorgehen. Ja, du weißt das auch, wie das mit den Magiern ist. Nehmen sich gerne Ideen von anderen und geben sie als ihr eigene aus. Ich würde mit dem halt mal dieses Stück Metall einstecken, also Tourentwicklung in meine Tasche stecken. Oder Rucksack, Junge. Ja, Fingerfertigkeit. Oh, ich, 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 rauszuche mich nicht an mit einem Taschstuhl. Und, ja, okay. Bis heute ist es okay. Ja, okay, du wickelst es in dein Taschentuch und schickst es dann in die Hosentasche oder wo? In den Rucksack. In den Rucksack, okay. Und, ja, eure Fährtenkundeprobe ist halt nicht so ausgereift. Aber wenn ihr euch dann beliebig lang in dem Waldstück aufhaltet, ohne weiter für Lärm zu verursachen, könnt ihr dann eine Stelle finden, die ebenso sehr schneefrei ist. Vor allem fehlt hier wohl ein Stück vom Boden. Es geht da wohl einen leichten kleinen Krater runter. Hier ist der Gestank besonders groß. Allerdings ist das hier kein Loch mehr. Das war vielleicht mal ein Loch. Irgendjemand hat hier wohl mit besonders viel Gewalt so etwas wie, ja, eine Wand nicht, eine Tür wohl auch nicht, aber rostiges Metall davor geschoben. Es gibt noch einen kleinen Spalt, ob der reicht, dass man sich da durchquetschen kann. Hm, also Raphim wird schwierig haben. Hm, das war wohl einmal der Tunnel. Erforderung, dann sind wir ja exakt da, wo wir hinwollten. Ihr seht, ihr, ich habe uns ziemlich sicher zum richtigen Ort geführt. Gut, Sepetilio, kriegst du das auf? Äh, wie machen wir? Nun, dieser Metallklumpen ist ein klein wenig im Weg. Vielleicht könnte ich mich hindurch zwängen, aber ich glaube nicht, dass wir ohne Raphim in die Festung wollen. Nun, warum nehmt ihr doch nicht einfach den Metallklumpen und schiebt den woanders hin? Wir wissen immer noch nicht, ob es Unmetall ist. Ich sollte mir vorsichtig sein, das anzufassen. Lässt dich Unmetall mit Magiekunde erkennen? Ja, dafür habe ich dich ja eben eine Hüttenkunde-Probe werfen lassen. Okay, machen wir uns einfach. Oder M. Denn wenn es Unmetall ist, ist es magisch. Ich muss nur eben würfeln, Sekunde. H, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O. Oder mal keine Ahnung. Meister ist dieses Metall magisch. Wow, da hast du auch recht viel übrig, ne? Hälsicht ist für Nerds. Also, ja, es sind leichte Risse oder Haarlinien, die sich da durchziehen. Das Ding ist wohl eins der transferischen Metallur... Also eins der Metalle, eins der Unmetalle, ja. Nun gut, lasst mich ja noch einen Moment lang nachdenken. Gucken wir mal auf Aroganz, hm? Okay. Wenn ihr es denn unbedingt wollt, tritt zur Seite, Raffin, kommt doch bitte, damit ihr erst dann fortschubt sind könnt, ja? Ähm, natürlich. Und dann gehen wir hin. Und dann schreiben wir, dann schreiben wir einmal in einem Halbkreis drum und mal ein sehr, sehr schmal äh, ein, ein, ein Halbkreis der Raum. Und dann zaubern wir da ganz entspannt und elegant ein, 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 ein Lager, wo drauf. Ah? Ah. Lassen wir uns Zeit für, stehen wir ein paar Minuten im Wald rum. Sollte jetzt nicht so schlimm sein. Außer, wenn wir in den E10 langsam abschrieren. Könnte am Gift liegen, könnte die Kälte sein. Wer weiß das schon so genau? Lassen wir uns Zeit damit, was nicht versauen. Wir dürfen heute maximal beschissen. Das war nicht bitter nötig, aber trotzdem. Äh, so. Wenn ihr denn einen moment stubs das dann setzt hat den stadt darunter in die genau das zentrum dieses halbkreises er gemalt hat also den namens höhepunkt die mitte halt und hebelt den den stein so ein bisschen nach oben und der schwebt dann ganz leicht nach oben in dieser dieser säule der schwerelosigkeit wenn ihr den bitte einen kräftigen schubs zur seite geben möchtet mit und ich würde mit meiner waffe das ding anschubsen und dann fällt dann schritt weiter an der anderen seite wieder raus also ein bisschen und mit all der brachialen gewalt die dieses unmetall wiegt gräbt es sich wieder natürlich knirschend in den boden und trotz dessen dass es also sicherlich ist es schwer bis gräbt sich unnatürlich weit in den boden hinein bevor es dann stoppt auf der schneefläche ist es vielleicht noch nicht komplett zumindest seht ihr jetzt auch wie weiterer dampf aufsteigt und irgendwelche gasesichter ausbilden blicke zu laminan bitteschön exzellent ich würde applaudieren aber nun ja keine aufmerksamkeit und so in einer absolute verschwendung meiner rohen günste der gang der jetzt vor ich liegt das ganz grob vier meter im durchmesser und rund möchte man nicht meinen aber schon gefräst von irgendeinem wurm das deutet gerade mit dem vorwissen auf den akku bei gut dann würden wir die schwarzen köche irgendwo im wald zurücklassen oder dass die hier möglicherweise empfangen gefangene in empfang nehmen können ja ganz wie ihr mögt wir begleiten euch auch aber wir können ja auch so dass hier ein basislager aufschlagen was meinst du möchtest du sie drinnen dabei haben naja also meine eigentliche hoffnung ist ja rein raus nicht den ganzen laden stürmen ich würde sie hier lassen und sichern wir ab damit ihr nicht in den rücken gefallen werdet liegt vielleicht ein paar sperr für den fall dass wir umdisponieren müssen und auf irgendeinem anderen weg mit den gefangenen aus der festung kommen aber wir versuchen euch wieder hier zu treffen und euch die gefangenen zu übergeben so machen wir es ihr wisst wie ihr das lager anzuordnen habt und erhalten ein auge auf die wachtürme zwei von denen sind besetzt so verstanden was machen wir mit mir ihr seid ein held kalfater ich denke die befreiten in sicherheit zu bringen ist eine wichtige aufgabe die ich euch übertragen kann oder also mok mit hat dann sieht die verständnislose an so mok wieder könnten wir vorsichtig gut dann wollen wir mal okay wer ist der erste ich natürlich wie sie die lichtwellen ist in den tun eigentlich gar nicht es sei denn du machst eine fackel an so starb fackel egal sollte ich vielleicht ein stablack entzünden oder waren wir dadurch unsere feiner vielleicht vor wir sollten dann nicht ohne licht durch marschieren entweder starb fackel oder so eine fackel laterne scheißegal gebrauchen licht ist es hier drin doch gar nichts ich kann ja sehen diesen tunnel theoretisch also vier messer am durchmesser ja dann nehme ich den bären mit habe ich dir dürfte vermutlich sogar besser sehen als ich oder also wenn es dunkel ist mir raten und als bär eine dunkel sich ja wie gesagt wir dann die stablacken zünden und mich direkt nach raffin spread rücken stellen aber so dass das licht an ihm vorbei reich vielleicht das fern schatten wirft auf ihn also durch ihn ja also vier meter da kann da könnt ihr euch auch nebeneinander 12 da können sogar vier helden zwei zwei helden nebeneinander das geht auf alle fälle weil der erste box darf dann raffin und nicht mich wir laufen vorne die andere die sind ja auch so leicht die fallen ja um und dann möchte ich mal hier durch maschine und noch irgendwas schauen wie ich nach oben komme ein webel ziehen vielleicht um vorher zu sagen weil beginnt ja man weiß land möchte ja manchmal schatten halten natürlich auch mit der abalone im anschlag und läuft dann von der linken seite von serpentilio hinter raffin die glimmende zigarre die natürlich auch immer ein wenig licht abwirft und zielgerichtet nach vorne gesteckt ich könnte schon mal eine initiative probe würfeln und noch bevor ihr dann allesamt verschwunden seid seppeltilio als du deinen helogravo gezaubert hast dann sind wir wohl an der unterseite dieses metallstücks also auf der innenseite des gefängnisses sind dir nicht kratzspuren aufgefallen aber blutige handabdrücke oder verschiedene blutige handabdrücke auch als ob jemand dagegen getrommelt hätte aufgefallen die sind jetzt natürlich wieder verschwunden dadurch dass die unterseite wieder sich in die erde gegraben hat aber da sind wohl einige an dieser letzten hürde gescheitert ich möchte noch einmal kapitanian meine fährdermutung zum ausdruck bringen dass diese rute nach innen beziehungsweise nach außen etwas vermutlich wohl bekannt ist und wir uns auf der innenseite auf gesellschaft einstellen können ja davon gehe ich aus aber nun dieser stein war ja jetzt auch nicht ganz leicht weg zu schaffen in und ich nehme an er war mit absicht als blockierendes element für etwa einige geflüchtete dort aufgestellt ja aber ich denke trotzdem dass sie nicht so dumm werden den gang unbewacht zu lassen genau wäre meine ich ja bekomme ich bitte von rafim eine schleichenprobe natürlich was zwar nicht explizit gesagt dass du schleichst aber ihr wollt prinzipiell licht vermeiden wollte jetzt auch nicht licht hat stadt durchgehen dass wir haben hat doch die stadt ja ich führe mir das sicher wie beide sind jäger in der nacht doppel eins alles klar dann tatsächlich auch weitere schleichen proben von allen den anderen und dann kannst du der gang geht nachdem du sicherlich 100 200 schritt gegangen bist leicht nach oben bist du dann am ende des loches stehst über die grob zwei meter müsste so nach oben greifen kannst du den holzboden erkennen da ist wohl ein gewaltiges loch eingerissen wohl von dieser wurm artigen kreatur haben die die magier beschrieben haben oder auch der andere gaste und du siehst dass das schummriges leichtes licht durchkommt und auf der anderen seite hast du eine brummige pfeifige stimme die wohl irgendwas sinkt sie sind hier wir müssen jetzt da hoch dann durch die stadt wackeln löschen also ist das vier meter hoch oder zwei meter hoch zwei meter also ich kann da raus gucken wie du ja die anderen wohl nicht möchte einmal daraus kommt ja du bist groß genug du spät einmal rüber und kannst sehen wie wohl es gibt da eine treppe die die nach oben führt kurz davor siehst du einen ziemlich gelangweilten schwarz oder sicherlich mehr als drei schritt groß der da wohl mit einer riesigen mit einem riesigen streitkolben sitzt und er singt und das ist er hat da wohl verschiedene schädel die da aufgestellt sind und schlägt dann über über deinen kopf hinweg immer mal wieder diese schädel mit diesem großen streitkolben die zersprengen und zersplittern größtenteils aber du kannst auch sehen dass wohl der der hauptteil gegen die wand auf der anderen seite gepfeffert wird und da dann irgendwelche tonkrüge zerschlagen werden also so eine art golf die ja da wohl betreibt ja ich würde mich wieder runter beugen ich habe unseren freund gefunden also der schwarze geister wir haben jetzt zwei optionen wir springen hier raus stürmen an hoffen nicht zu sterben hat jemand besseren vorschlag nun ich könnte für etwas ruhe sorgen der kampflamm nicht nach außen dringt wenn du für ruhe sorgen kannst dann kann ich hier noch ganz einfacher schießen gerne sind maximal dumm wir können ihn noch ganz einfach versorgen das ist der schwarze aber diese ist maximal dumm vertraut mir aber noch mal zu verständnis es gab hier mehrere schwarz sogar nicht nur ein ne das ist ja schon sogar den der sphären schänder gelassen hat groß also in der adelmiers vorschlag sehr gut wir sollten die auf keinen fall die ganze fester festung alarmieren wenn ihr es leise machen könnt dann kann ich ihn einfach ein bolzen zwischen die stören dann eher vor nicht lange diskutieren silenzium wirken und das laute ausspare hier eine komponente ist vielleicht solltest du direkt modifizieren dass wir nicht nur sie machen zu schwierig ist eine plus vier für dich weil wir haben das ist ein kampf mal hier mit 25.000 punkten schwierig das schwierig außerdem kann außerdem lassen silenzium dauert jetzt nicht so ich glaube sprach eine kernkommende ist die modifikation markt die marke tradition hat keine kernkomponenten ich glaube die reichheit drei schritte nachgucken stellten mir so in das nur eher und vielleicht darum betroffen ist also ich weiß ich der raum ist vermutlich geeicht oder nicht der raum ist geeicht jaja also wenn jetzt drei meter um uns rum da machst du im prinzip das loch leise der typ ist 25 meter von zweck und noch aus kann kann man kann man sich in der nirgendwo schießen jetzt ist das ding jetzt zwischen die augen und dann sind wir los genau soll ich trotzdem rausklettern während diamante schießt damit wir nicht alle in dem loch hocken jemand muss mir hoch helfen damit ich überhaupt schießen können stell dich halt auf miras rücken mir mein schatz komm mal hier vorne hin stell dich mal dahin ja mein feines tierchen du darfst doch ein bisschen was von dem schwarz sogar essen was dann beritten ist wahrscheinlich mein problem sondern seins was war das ja es sind sieben schritte das hätte wie schritt radios ich will nicht sagen freier wir müssen jetzt hier was ich weiß ich habe keine ahnung wie die regeln zum beritten und schießen das sind wir schon das wäre nämlich nicht toll mache einfach eine reitenprobe jetzt wenn es ist keine ratenprobe ist nur erschwertes schießen aber entweder raffin würfelt eine probe dass sie stellen halt oder ich würfel eine probe dass sie stehen nicht zum stillhalten er hat geknurrt der schon war sogar weiß dass ich da seid jetzt spürt einfach deine scheiß probe und wir rechnen hinterher aus wenn es in frage steht richtig schieß ihm alles klar sprichst du jetzt auf den rücken von mir auf den sattel und dann stößt du dich ab und schließt halt während du noch in der luft bist richtig also ich brauche mindestens ich brauche und brauche eine kampfrunde nicht wenn eine zusätzliche aktion ansagen um ihn ins auge zu schießen es ist plus zweifel entstehen das reitet dieser zuschlag gilt nicht für armen brüste und torsionswaffen da ist es doch schon das heißt dass du willst da oben du willst oben auf der kante stehen bleiben und dann nachdem du gezielt hast schießen ja ich möchte eigentlich noch auf miras rücken stehen bleiben die abalone mit dem dreibein hier oben auf der kante absetzen so dass ich nur halb rüber gucke und davon da nehme ich mir dann die kampfrunde und schießen gut der schwarz oger würfelt auf seinen fernkampf wert und würde die gerne ein schädel ins gesicht schießen 12 und ja während du mit dem kopf nach draußen kommst er wurde gewarnt er hatte den schädel sowieso schon liegen kannst du sehen wie der menschengroße schädel direkt auf dich zutrifft moment warte sind warte sekunde von was wurde er gewarnt ich dachte wir hätten uns silenzium er noch nicht doch da der fliegt doch acht gewürfelt ja wohl schon okay gut deswegen frage ich frage ich frage von gewarnt wird von mir von mir aus knurren ja er kann es ja nicht knurren gut gut dann hast du noch noch dieser schuss wurde auch ungelämpft dadurch er merkt ja dass er beschossen wird ja dann aber das ding schon in der rübe ja richtig ich dachte der silenzium lege noch nicht das habe ich nicht gesehen habt ihr ja glück weil ich habe das knurren von mir dann ist alles verstand so jetzt geben die amante also hast du ich habe schon gewürfelt es kommt nur auf die entfernung an aber es könnte trotzdem getroffen sein und dann schauen wir mal das sollte die geringste distanz sein ich 22 21 das sind die zweite distanz also nah noch nicht sehr nah das heißt plus minus 0 keine minus 2 ich bekomme eine 32 erleichterung durch meinen entfernungssinn sowie eine ist zählt das als großer gegner das ist ein großer gegner dann kommt da wieder eine plus minus 0 drauf dann sind wir momentan bei minus 2 ich habe ein schuss ins auge angesagt das ist eine plus 20 die ich halbieren darf weil ich meisterschütze bin das heißt wir sind auf plus 8 kommt da noch irgendwas hinzu es ist kein steilschuss es ist plus vier wegen vom rücken aus habe ich das wirklich schon du bist in der bewegung deswegen würde ich dir da noch mal also hat das bewegung drin naja hier rauf klettern ist maximal bewegung und sobald ich hier oben bin muss ich mir sowieso eine kampfrunde zeit nehmen also eigentlich nicht in der bewegung aber dann kann er dich doch eigentlich auch abschießen weil sie ist in unsere richtung und wenn du eine runde wartest dass das kann er das kann ich nehme den schädel gerne an okay dann halbiere ich einfach mal den schaden einfach aufgrund von der warte mal was eine entfernung modifikation gibt es da noch irgendwas mit dem schaden was und für eine waffe menschliche schädel streitkolben und erschließt jetzt diamantes und schädel ins gesicht sagen wir das zählt wie eine wurfkeule was für einen wert hat er denn immer ein spiel ja genau es wäre eigentlich immer ein spiel immer ein spieles werfen nicht nicht schlagen doch was schläger ja ein immer später noch mit den netzen nein du hast schläger und koppel sagen wer hat die hat die entfernungsmots von der wurfkeule oder also der streitkolben macht drei w6 plus neun bei ihm ich würde einfach mal halbieren weil es einfach für den nahkampf die werte sind dann ist es doch egal auf plus eins oder minus eins kommt nicht an ja genau so also 346 94 gewürfelt 4 plus 19 13 halbiert 14 7 sind 7 tp ok mein trefferzone würfeln macht keinen sinn er kann mich nur am brustkorb oder kopf treffen oder arme ich würde mal wenn es keine beine sind es sind kann ja da hast du erschweren dass wir nach unseren rechnen trifft ihr trifft die hat am brustkorb gut ok nämlich meine beste rüstung und wunden und so müssen wir da gar nicht rauf schauen für den ich mir fast gedacht das war auch nicht sein ziel aber er hat so ein nicht dümmlich aber ein hungriges grinsen in seinem gesicht und nachdem er den den shell abgeschlossener abgeschossen hat ja er weiß gerade noch nicht genau was er tun soll er guckt wohl noch was da so hinter dem loch alles kommt und er geht dann die erste kampfrunde sieben meter auf dich zu ich habe super dann ist er in der nächsten kategorie ich mache polo schaden